Bald verließ ich die drei. Vorher bat ich Thomas, der die Wache direkt vor mir zugeteilt bekommen hatte, mich zu wecken, wenn ich an der Reihe wäre. Dann ging ich in das Schlafzimmer im Obergeschoss, das sich inzwischen irgendwie als mein Zimmer ansah, obwohl mir natürlich klar war, dass ich nicht ewig hierbleiben würde. Kurz dachte ich darüber nach, die Tür hinter mir abzuschließen, denn diese ganze Sache hatte nicht gerade dazu beigetragen, dass mein Vertrauen zu den dreien wuchs. Andererseits würde Thomas die verschlossene Tür bemerken, wenn er hereinkommen und mich wecken wollte, und dann würde er wahrscheinlich seinerseits einen Argwohn mir gegenüber entwickeln. Was sollte ich also tun? Schließlich, um nicht so ganz ohne Schutzmaßnahme zu sein, platzierte ich einen Stuhl so im Zimmer, dass die Tür, wenn man sie öffnen würde, gegen ihn stoßen musste. Auf die Kante der Sitzfläche stellte ich ein halbgefülltes Wasserglas, das ich aus der Küche mitgenommen hatte. Wenn man die Tür aufreißen und ins Zimmer stürmen wollte, würde man einen ganz schönen Lärm verursachen, und falls mir schleichenderweise jemand ins Leder wollte, standen die Chancen gut, dass er sich in der Dunkelheit nicht gleich zurechtfinden und über meine kleine Alarmanlage stolpern würde, auch falls er sie mit der Tür vielleicht nicht sofort erwischen sollte. Ich war zuversichtlich, dass das so entstehende Geräusch ausreichen würde, um mich zu wecken. Auf diese Art, halbwegs beruhigt, zog ich meine Stiefel aus, lockerte meinen Gürtel und streckte mich auf dem Bett aus. Meine Armbrust lag mit einem gefiederten Bolzen geladen und gespannt neben den Stiefeln, die Machete in gewohnter Weise neben mir. Während ich an die Decke starrte, ließ mir die Geschichte keine Ruhe. Dieses Buch, was war damit? Es wuchste mich mehr, als ich wollte, dass ich nicht wusste, wo sie es hatten. Wer es hatte. Ich tippte auf Wanda. Sollte ich versuchen, ihre Sachen zu durchwühlen, während ich wache hatte und sie alle schliefen? Was stand darin? Warum wollten sie es unbedingt verbrennen? Konnten sie es nicht einfach nur wegwerfen? Es war schließlich nur ein Buch, oder nicht? Was könnte ein Buch schon anrichten? Ja, ein Buch. Warum sollte ein Degenerierter, ein Plünderer, ein Gesetzloser, ein menschliches Tier denn Interesse daran haben, zu lesen? Es war klar, dass Wanda und Thomas es für irgendwie schlecht hielten, dass es ein Problem für sie darstellte, so sehr, dass Wanda nach ihrem Messer gegriffen hatte. Aber warum? Meine Gedanken drehten sich in immer wirrer werdenden Kreisen, bis ich schließlich in einen unruhigen Schlaf hinüberdämmerte und in meinen Träumen fochte ich all die Kämpfe der vergangenen Tage wieder und wieder aus und als ich schweißgebadet erwachte, war es hell. Thomas hatte mich nicht geweckt. Ich schrock hoch, blickte mich hektisch im Zimmer um. Es schien sich alles noch an Ort und Stelle zu befinden. Der Stuhl, das Wasserglas, meine Waffen, alles war unverändert. Ich schwang die Füße aus dem Bett, zog so leise ich konnte die Stiefel an und schloss den Gürtel. Ich lauschte ins Haus hinein, versuchte, Zeichen von Aktivität, von Leben zu hören. Nichts. Vor meinem inneren Auge sah ich die drei in ihrem Blut liegen, Hingeschlachtet von Degenerierten, die nun lautlos überall in den Schatten und Nischen des Hauses auf mich lauerten und nur darauf warteten, dass ich mich blicken ließ. Ich schlich zum Fenster. Die Sackgasse lag so da, wie wir sie verlassen hatten. Die heruntergebrannte Feuerstelle, der Leichenhaufen am Nordende, der über Nacht ein wenig an Volumen verloren zu haben schien, das verschlossene Tor im Zaun, der uns bisher so gut beschützt hatte. Alles, wie es sein sollte. Und doch stimmte etwas ganz und gar nicht. Lautlos und immer noch aus allen Poren schwitzend, nahm ich zuerst das Wasserglas vom Stuhl, um nicht am Ende selbst meine kleine Alarmanlage auszulösen und auf diese Weise unbeabsichtigt meine Anwesenheit an einen etwaigen Feind zu verraten, und dann, bevor ich es in Richtung Bett warf, auf dem es beinahe ohne ein Geräusch zu verursachen landete, trank ich es in einem Zug aus. Was man hat, hat man. Danach trug ich den Stuhl ebenfalls zum Bett hinüber und legte ihn sachte darauf ab. Der Weg zur Tür war jetzt frei und ich griff mir die Armbrust und die Machete. Bevor ich das Zimmer verließ, lauschte ich noch einmal an der Tür. Nichts. Als ich die Klinke schließlich vorsichtig, mit der rechten Faust, mit der ich auch die Machete hielt, hinunterdrückte und die Tür öffnete, gab sie ein leises Knarren von sich und ich hob, in Erwartung eines Angriffs, die Armbrust in meiner linken etwas höher und trat einen schnellen Schritt zurück. Aber kein Kampfschrei, kein Geräusch von todbringenden Schritten, die aus dem Halbdunkel des Hauses auf mich zustürmten. Nur Stille. Jetzt war die Tür zur Gänze aufgeschwungen und mein Blick glitt tastend nach rechts und links über das obere Ende der Treppe und die verschlossenen Türen im Flur, der die Treppe mit den Zimmern des Obergeschosses verbannt. Keine Bewegung, kein Zeichen von Leben. Ich wartete noch eine Sekunde ab, bis ich genug Mut gefasst hatte, um das Schlafzimmer endlich zu verlassen. Die Machete zum Schlag erhoben und die Armbrust in Laufrichtung vor mich gestreckt, arbeitete ich mich vorsichtig zum Treppenabsatz vor und spähte über das Geländer, an dem sich noch die Reste des Netzes befanden, das ich gespannt hatte. Unten schien, soweit ich es von hier aus sehen konnte, ebenfalls alles so zu sein, wie ich es hinterlassen hatte. Die Haustür war verschlossen, unsere improvisierten Ausbesserungen waren auch noch intakt. Nein, wir waren in der Nacht nicht von Degenerierten überfallen worden und ich war auch nicht wie durch ein Wunder verschont geblieben, nur um heute Morgen aufzuwachen, als wäre nichts geschehen. Idiot. Meine Angst legte sich etwas. Ob es daran lag, dass ich keine Kampfspuren und Geräusche wahrnahm oder daran, dass ein Mensch nur ein gewisses Maß an Anspannung erträgt, bevor der Geist Möglichkeiten sucht, sich selbst zu beruhigen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall änderte ich meine Vorgehensweise. Ich versuchte nicht mehr, um jeden Preis leise zu sein und schob die Machete mit einem gedämpften, aber gut vernehmbaren Geräusch in die Scheide zurück. Die Armbrust, jetzt locker in beiden Händen haltend, ging ich die Treppe hinab. Unten, im Eingangsbereich angekommen, drehte ich mich einmal um die eigene Achse. Alle Türen zu den Zimmern im Erdgeschoss waren geschlossen und jetzt konnte ich etwas hören. Ich versuchte nicht mehr, Vielen Dank.